Wir sind aus Kölle, wir sind nicht aus Laramie, doch wir reiten wie die Hölle durch die Steppe und Prädie. Oh, den Kieler hat das eine, das ist klar, ich bin schon wieder durch, ich komm hier einzeln. Also es ist ein bisschen spät, wir haben ganz hacke dichte Lüppinies. Die Schlürfler sind trocken. Und Jacqueline? Schnupfen? Nein, nicht mehr Schnupfen, nicht mehr einen Zug. Also das muss ich nicht sehen, das ist ja nicht gut. Er kann es schon gut, es ist schon über die 6 Zigaretten, die er schon... Das ist die Lunge. Nochmal. Nein, warte jetzt. Du kannst etwas von mir lernen. Ja, ja. Es ist super. Nur um zu sagen, sie üben für einen Stumpen. Der Schlürfler hat schon mehr geklappt als ich heute. Ich habe es nicht zu oben. Nein, das habe ich nicht. Aber dank einem Beispiel hier. Flank. Das ist ein Schnupfen. Das ist sehr viel. Zeig. Ja. 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 Das ist ein wenig wenig. Das ist sicher noch ein Teil, oder? Ja, schau mal. Ja, das ist so. Hallo? Das ist jetzt zu. Jetzt ist es ein Stammgeruch von dir, Schatz. Ja, du hast es sollen. Also, sagen wir. Lieber vom Ernst genommen werden als vom Ernst genommen werden. Oder oder Paraguayisch. Preis. Oder lieber Schnitzel auf den Kellern. Stumpen drauf. Also, Fritzel auf den Kellern. Also, Preis. Preis und Stumpen drauf. Du bist so. Ja. Ja, ja, ja. Das wird, wie du auch schon wirst. Martin muss mal ein Weizen. Ich darf ja auch nicht. Gut, so ist er. Jetzt willst du auch schon Ries unload. So, sie lädt es nicht am Hintergebnis. Ciao! Ich sag es noch mal, wir husten. Ciao! So, jetzt! Tschöno! Super! Wir sind aus Kölle, wir sind nicht aus Leremie. Doch wir reiten wie die Hölle durch die Steppe und Prämie. Oh, Tiki-la, das eine, das ist klar. Ich bin schon wieder bloß, ich komm, wir reiten an die Bar. Oh, Tiki-la, das eine, das ist klar. Ich bin schon wieder bloß, ich komm, wir reiten an die Bar. Ich bin schon wieder bloß. Ich finde well, ich bin schon wieder bloß. Vielen Dank.